Jetzt liegst du mit dieser schönen Frau im Bett, doch der kleine Freund steht nicht auf, er spielt einfach nicht mit. Du beginnst dich zu fragen, warum dir das jetzt gerade passiert. Im nächsten Moment spürst du die Scham in dir aufsteigen, es ist dir unfassbar peinlich und du ringst um dein Gleichgewicht. Und um dieses zu wahren, brauchst du eben eine Erklärung für die Frau. In diesem Video bekommst du die wichtigsten Tricks, um dich aus dieser prekären Situation zu befreien und zwar ohne dein Gesicht zu verlieren. Bleib jetzt unbedingt dran. Die Erregung des Mannes ist grundsätzlich ein sehr zartes Pflänzchen. Ob die Blüte der Pflanze aufgeht, hängt von vielen Faktoren ab und diese sind bei jedem Mann ganz unterschiedlich. Das erkannte auch schon der erste Sexualforscher Alfred Kinsey, denn er sagte, nichts ist bei unterschiedlichen Menschen gleich, schon gar nicht in der Sexualität. Was bedeutet das jetzt für dich? Was auch immer die Erregung auslöst oder die Erregung stört, hängt von deinem Erleben und deiner Wahrnehmung in der Situation ab. Aber auch von deinen Erfahrungen, von deinen Erinnerungen, welche vor allem in deinem Gehirn abgespeichert sind. Das Problem an der Stelle ist, dass sich diese Dinge deinem bewussten Willen entziehen. In solch einer Situation startet in deinem Gehirn eine Art Programm und je nachdem, was du wahrnimmst, also was du denkst oder was du fühlst, dann wird das Programm aufgerufen. Und so kann es dann sein, dass du willentlich gerne Liebe machen würdest, aber in deinem Gehirn ein Programm startet, das negative Gefühle auslöst und deinen Körper in eine Art Kampf- und Fluchtmodus versetzt. Und die Folge ist dann, dass er eben nicht aufsteht, dass du körperlich blockiert bist und die nächste Folge ist, dass daraus eine wirklich hilflose Situation entsteht. Denn du merkst, dass er nicht reagiert und die Frau wird ebenso merken, dass da bei dir sich nichts tut, dass da eben nichts los ist. Und sofort ist eine Folge davon das aufkommende Schamgefühl, die Scham, die quasi von unten nach oben aufsteigt. Und diese entsteht daraus, dass du deinem eigenen Anspruch nicht gerecht wirst. Denn eines ist klar, du willst es ihr beweisen. Du willst ihr zeigen, dass du sie schön und anziehend findest und das natürlich auch mit deinem Sexualorgan beweisen und sie natürlich vielleicht sogar darüber befriedigen. Doch irgendetwas in dir wirft dir eben diese Knüppel zwischen die Beine. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann denn das sein, das mich da hemmt oder das diese Probleme verursacht letztendlich. Das kann zum Beispiel sein Konkurrenzdenken, Überlastung durch Beruf und Alltag, natürlich auch Liebeskummer, eine verlorene Liebe, die dir weggelaufen ist. Aber natürlich auch emotionale Verletzungen, also Erfahrungen, Erinnerungen, die dir heutzutage noch Probleme bereiten und so weiter. Also generell ist die Liste der Themen, die dahinter stecken können, sehr, sehr lang. Und um das herauszufinden, was es konkret bei dir ist, brauchst du wirklich Unterstützung. Und dafür kannst du ganz einfach vorgehen, dir ein anonymes Beratungsgespräch bei mir oder bei meinem Experten-Team holen. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Doch ich will dir jetzt auch schon mal einige leichte Tricks verraten, womit du dich aus dieser prekären Situation befreien kannst, damit du jetzt auch schon etwas an die Hand bekommst und etwas tun kannst. Der erste Trick ist, Offenheit zahlt sich in den meisten Fällen aus. Die meisten Frauen verstehen, wenn du ihr ganz klar sagst, dass du gerade ein Problem hast. Wenn sie dir gegenüber wohlgesonnen ist, wenn die Frau dich irgendwie ein bisschen mag und wenn sie mit dir im Bett liegt, dann wird sie dich mögen. Ja, wenn sie dich mag und dich gut findet, dann wird sie das Problem verstehen, dann wird sie Nachsicht haben, dann kannst du mit ihr besprechen, was anders laufen muss, damit es für dich einfacher wird. Der zweite Tipp ist, mach einen zweiten Anlauf. Atme einige Minuten durch, beruhige dich und versuche es dann erneut mit ihr. Vielleicht etwas langsamer zuvor, vielleicht etwas gefühlvoller wie zuvor. Vielleicht suchst du das offene Gespräch mit ihr, um zu gucken, was ihr anders machen könnt, wie in Tipp 1 schon. Und dann wird es vielleicht auch etwas besser laufen, ja. Der dritte Tipp ist, mehr denken hilft nicht mehr. Was passiert, wenn du mehr denkst? Mehr denken bringt dich von deinem Körper weg. Mehr denken bringt dich von deinen Gefühlen weg. Mehr denken wird dir nicht helfen. Du musst dich einfach versuchen, fallen zu lassen, versuchen, den Kopf auszuschalten, aus der Selbstbeobachtung herauskommen und dann wirst du schon merken, dass dein Körper von alleine wieder das tut, wozu er geschaffen wurde. Ja, der vierte Tipp ist, Schamgefühle sind absolut fehl im Bett. Ja, dafür brauchst du dich nicht schämen, wenn dir das mal passiert. Du bist ein Mann, du bist in der Situation, dass solche Dinge sofort auffallen. Die Frau sieht sofort, wenn da unten etwas eben nicht stimmt. Und sie wird sich wundern, aber das ist etwas, wofür du dich nicht schämen brauchst. Doch wenn es dir öfters passiert ist oder öfters und immer mal wieder vorkommt, dass du so reagierst, ja, dass da unten sich nichts tut, dann höre auf rumzusuchen, sondern hole dir direkt hier unterhalb des Videos ein anonymes und kostenloses Beratungsgespräch bei meinem Experten-Team. Wir können dir helfen, da sitzen ausgebildete Experten, die mit dir sprechen und die mit dir auch schon in den ersten Gesprächen eine Lösung erarbeiten können. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, dein Nils. Ciao. Ciao.